Heute ist hier türkischer Abend im Hotel Südl West da und da gibt es dann auch leckeres Dönerfleisch und leckeres Brot und leckeres Obst und so wurde hier alles auch ordentlich eingedeckt hier, dass man sich dann als Gast wohlfühlt hier. Es ist heute türkischer Abend hier im Hotel Südl West da. Es ist alles so eingerichtet hier, dass sich der Gast dann halt wohlfühlt und hier geht es dann rein zum Buffet. Ist eigentlich noch gar nicht offen, aber ich gehe hier einfach mal ganz frech rein, um mal hier so ein kleines Filmchen zu drehen. Ich mache jetzt ein bissel, fängt gleich an hier. Ich werde mal fragen, ob ich hier filmen darf. Heute ist hier türkischer Abend im Hotel Südl West da. So, wie gesagt, wir sind hier im Südl West Star Hotel und heute ist hier türkischer Abend und ist alles hier ordentlich zurecht gemacht hier mit Erdbeeren, Böhnen, Bananen und Melone und Kiwi. Und dann haben sich die Leute hier große Mühe gegeben und wer mal Lust hat, hier in das Hotel zu gehen, ist nicht so teuer hier, aber trotzdem ist das alles schick hier. Und jetzt gehen wir mal hier die Salatbar ab hier und es sieht alles ganz lecker aus. Durch die Beleuchtung sieht es natürlich noch schöner aus und ja, für jeden, was dabei zu Hause hat, man nicht so leckere Sachen. Es ist richtig toll. Also, ich lasse mich jetzt überraschen. Es geht gleich los, der türkische Abend und das ist bestimmt lecker und schön. Und ich wünsche alle heute einen guten Appetit und ja. So, und jetzt ist gleich der Startschuss, dann beginnt es und es sieht richtig, richtig lecker aus. Das ist richtig, richtig lecker aus.